Mit Kartoffeln und Brokkoli und so einer Rahmsauce, also hier, die Brokkoli waren dann in so einer Rahmsauce, so weißt du, so eine typische Mehlschwitze. Oh, lecker. Ich verstehe gleich an meiner eigenen Sabber. Have your attention, please. Werde Ahnung. Was redest du dann von Lasagne? Ich schreibe gerade über Lasagne. So streiten sich. Wer? Bei uns im Acker-Chat. Ach. Ich komme. Ich bin jetzt Lasagne essen. Ich streite schon richtig. Ich habe auch Bock jetzt auf Lasagne, Schweinerei, ey. Na, 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 na. Ich esse gleich Stöhner, na, na. Na, 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 na. Da habe ich auch Bock drauf, aber ich habe heute auch so geilen Braten gemacht, ey. Was für ein Braten? Schweinebraten. Ey, was? Oh, lecker. Nein. Schweine-Schwitterbraten. Mit Kartoffeln. Mit Kartoffeln. Mit Kartoffeln. Mit Kartoffeln. Na, hinten. Hör auf zu reden, Leute. Das ist zu lieb. Mit Kartoffeln und Brokkoli. Und so eine Rahmsoße. Also hier, die Brokkoli waren dann in so einer Rahmsoße. So, weißt du? So eine typische Mehlschwitze. Ich verstehe gleich an meinen eigenen Sabber. Das ist super. Obwohl ich den Scheiß alles noch unten stehen habe. Aber hier. Aber hier. Aber hier. Aber hier. Hi. Du, wie weit. Du bist jetzt Level. Du bist ja bei 30. Ich versuche immer zu springen hier mit dem. Dann kann ich dir vielleicht noch einen Hammer geben von Level 30. Ich habe zwei Stück. Was kann denn dein Hammer? Was kann denn dein Hammer? Oh, was spielt denn dein Tipp da? Mein Hammer macht GES plus 13 aus. Plus, plus 3 und in plus 14. Okay, das kann meiner, glaube ich, nicht. Ja, Krieger. Wenn du einen Hammer hast, der jetzt zum Beispiel mehr Gästen ausmacht, nehme ich den gerne. Bei in ist jetzt nicht so nötig für mich. Rügelchen, bitte, wo? Was ist mit Bisaflor? Ich dachte, da hat er halt einer Nidalea. Wie ein Gegenstand kann ich verkauft werden? Nidalea. Nayeli, ruf mich, bitte. Oder AFK. Oder AFK. Ruf mich. Ich habe hier noch einen Metallring aus 2.0.6. Magieschaden, Magieverteidigung. Level 30er. Was? Ne, ich rede gerade über... Braucht jemand den 30er-Ring? Nein, danke. Du sagst, du gehst AFK, wenn die dich nicht baff, die ist AFK. Na, geil. Verkauf den dann, ne? 50er-Hammer. Mach das. Ja, die Hammer kannst du mir alle geben. Ich habe 60er. Ich habe sogar noch vier Armbrüste hier. Und sogar noch einen 78er-Aller. Ähm, Markus, das ist eigentlich... Ich habe hier so eine Hose mit 829 aus. Für große Däger. Okay, ist das überhaupt was Gutes? Äh, knüffig. Warte, wie viel... So 29 aus ist das auch. Na, hab... Jäger. Das ist eigentlich gut. Bitte? Ähm, so ab 78 sollen sie so mindestens am besten 30 drauf sein, ne? Oh, okay. Gib mir mal alle deine Priestersachen, please. Hohe Priester aus bis 20 in bis 4 kommt's... Nee, kriegst du nicht. Hallo? Hä? Was dich lieb zu mir? Hä? Ich kann es noch nicht baffen, danach kriegst du immer baffs von mir. Ja, wer hat erstmal Level 47? Na und? Nicht, na und. Kann ich schnell werden. Das heißt, ja mein Herr. Das kann ich schnell machen, also von daher... So, wir können eine neue Ausrüstung suchen, doch. Hallo, meine lieben Leute. So, ich... Oh, das läuft schon. Pass auf, braucht eine Erdspinne. Tür von Isel, 20 Etage, verfügbar. Stab des Iselturms. Willst du da jetzt nochmal reingehen? Eisenschleim. Sagen wir später kurz. Also, ich nehm die mal. Siebenwaffe kann ich jetzt verkaufen. Also, das ist die letzte Etage von der Quest, ja, na? Ich kann. Okay. Oh, hey, yeah. Na, Herr, okay, wenn man das so sieht, ja, ist das die letzte Quest. Wenn man vorher noch die geschafft hat, sind wir es mal tun, um uns in den Durchzumachen. Master Shooter 1 möchte dein Freund werden. Jetzt geht's aber los, ey. Irgendwie... Ey, wieso kann ich nicht in Flüster alle, weil der gerade irgendwie nicht da ist. Oh, ich hab das 40 Oberteil gekauft, hast du die Bezäten. Ich bin ja nicht gefunden, ne? So, was machen wir denn jetzt hier so? Lass mal gucken. Das Beste ist jedes 30er Oberteil vom Kriegerpass einfach gar nicht zurechtlich, oder? Ey, warte mal, war ja jetzt nicht irgendwas hier? Warte mal, lass mal kurz hier zu der Vichys gehen. Die hatte doch irgendwas für mich. Hey, coole Videos machst du auf YouTube. Die schleimen alle. Oh, leite Tatsch, schnell aufzudrücken. Hey. Schnell aufzudrücken. Ach komm, wir sind doch lieb. Doc Haufen. Ich sterbe. Ja, ich krieg jetzt I-Split 7. Wuhu. Läuft bei mir. Wird aufgewertet. Und ich brauch selber und Geld. Wuhu. Da ist der Tresing! Wuhu! Ey, guck mal, was der macht. Geil. Cheater. Cheater. Cheapack ist die Abkürzung für Cheater. Ne. Cheapack ist für Cheater, ja. Mann, wie geschlagen. Ab 49 krieg ich Magie-Detonation. Was machen wir jetzt bei der Leibigfähigkeit? Und meine Leibigfähigkeit, wo komme ich meine zweite. Glaube, dann, 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 dann. Magie-Detonation, das kann ich jetzt sagen. Sam, warte, 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 warte. Tschu, tschu, tschu. Ja, ja, komm ich mir schon wieder. Warte, 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 warte. Marc, aber ich will Elikante, du sagst mal so am Laufensplan, die Magie-Detonation. Du hast 64. Warte, 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 warte. Vater 80 oder so. Und am 81 hat die Künzer und Kulto. also wenn ich meinen schmuck anstehe, dann hat man mal die d-tunnel Abgebung von 0,2 Sekunden zack, da wird gespannt und dann noch so ein bisschen wagen und dann läuft das, ne? ja dann läuft das kann ich die machen ja bis wir zunächst monstern laufen laufen? oh du lieferst kurz wir gehen schon mal ins Grab oh nein wird nur gewartet erst mal ins Häuschen sitzen, viel Erfolg beim Machen, ne? beim Machen? ja wir müssen dann nur noch den König machen der ist ganz hinten in der Ecke ja ich weiß, der war ja letztens nicht da komm wir machen er war ja letztens mal da und dann ist er nicht da gewesen genau dann ist er doch gestorben ist ja geil also das ist die erste, ne? meines, ja kann am laufen das machen, wenn er will warte, und jetzt sag ich irgendwas geiles warte, irgendwann mal einen schmuck anziehen Jubilä, fiel jetzt hier rum boah kannst du das im laufen jetzt machen, oder was? ja, ab 64 kann man das zum laufen machen egal hey, wieso machst du die ganzen Krieger tot? guck mal, wir können hier in der Mitte von denen stehen nix, Spiegelbild und krieg bitte einen Baff ich hab einen Baff ich hab einen Baff bekommen ich hab einen Baff bekommen oh nein, danke oh, 3000 die würde ich nehmen danke boah, die sind aber schnell wieder da hier boop ab wann krieg ich das? ab 100 oh hey, das dauert erst mal so voll im Vorfreude wann krieg ich das denn so? hey, noch 61 Level ja, immer positiv Sinn ja, immer positiv Sinn geht im Flug vorbei guck mal, der Imp ich will ja mal nicht nerven, was nachher so tolles passiert guck mal, der Imp guck mal, der war ein Imp ne, mir meine ich die Überraschung du willst, der mega ist du lernt ab 60 fast gar nicht über du lernst immer das gleiche obwohl der Krieger ach, der Priester keinen Schaden macht schaffe ich mit dem eine Marra Piraten Kingdom Quest das fände nicht nice Hammer, was du kannst das dauert aber Ewigkeit das dauert aber Ewigkeit wusch welche brauchst du noch? die hier hinten die Kriege der Gemeinschaft in der Heimwirtschaft die brauchst du noch? weil ich Kraft bekomme ah ich mach wer der Match als ihr ok, PvP? ne ok ich mach PvP ich bin ja nicht immer 20 wie viele brauchst du denn? ok, ich auch für die Toten mach ich später ja, ich kann ja auch mal einen Schnell für dich machen ach so du bist halt der Vogel bist halt so ein Vogel na dann komm mal mit und klecki die Katze bah, ich brauche wieder Mario Style ingenommen Siegel der Verschwörung Siegel der Verschwörung Jo Habe ich noch zum Abgehen Ah Letztes Mal habe ich jetzt noch hier einem geholfen gehabt Everybody do it Mein Neger, wo ich hier war Du, 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 du So, jetzt da durch Lass mir in Ruhe Lass die Ruhe, Junge Junge Oh nein, da durch Teleportion Boah, ich habe jetzt seitdem die letzte Aufnahme weg ist, habe ich immer so eine Angst Lass sie mal wieder weggehen Lass sie mal wieder weggehen Immerhin, der Schneemann existiert noch Der Schneemann existiert nicht mehr, aber konnten die noch aufnehmen. Ja, ja, das meine ich ja mit existieren. So, warte mal eben kurz. Ja, ich habe hier drei Quests zu machen. Nice Scheiße, ey. Au, wow. Hab ich mich gerade erschrocken. Oh, Scheiße. Ey, warte mal, Scheiße. Ich habe gerade irgendwie voll Kommunikationsschwierigkeiten, ja. Ich muss leider schon los, weil, ähm, ich lass irgendwie, weil ich irgendwo jetzt kurz weg muss. Oh, fuck. Also, äh. Alles gut. Man sieht es euch, ne? Tschööö. Jo. User disconnected from your channel. Wäre ich das schön. Warte mal, ich muss mal eben kurz hier, zack. Ja, weil es keine Steine gekauft war, so dumm. Oh, ich kann mir leider auch keine geben. Ja, dann lass mal auf direkten Weg da rüber. Wo willst du denn hin? Ja, da vorne geradeaus, wo die, äh, Füchse da sind. Du musst mich leiten. Jo. Ey. Wo ist das? Zack. Da, die Füchse, die sind für mich auch ein bisschen schwieriger. Aber da jetzt hast du das Level 9 recht geworden. Ey, guck mal. Das sah echt geil aus. Einfach mal auf dem Turm, Stein Golem, Level 9. Boah, voll cool, äh. Ich find Fiesta so geil. Stimmt, denn da hab ich den letzten Stream auf jemanden als Solo geklopft gehabt. So, die nächste Spinne. Oh, gekrittet. Nicht genug Mana, verdammt. Schade, dass Priester nicht Mana wieder hergeben können. Ja, ich kann, ich hab ja Adalas. Na, ich weiß, ob halt Mana gibt, ach, ob halt Leben gibt Mana oder so. Genau. Aber cool, wenn wir noch Priester halt Mana geben können. Das heißt, die Opfer, sagen wir mal, die können 100 geben, Opfer und zum Beispiel dafür 300 Mana halt. Immer so das Dreifache davon. Ja. Zumindest später irgendwann nur die Hälfte, weil das so ein, ach, das Doppelte, weil das sonst zu pass wäre. Ey, der ist übrigens ein Buff später. Herr, wer? Du. Warum? Mit deinem Priester. Ich level mein Priester auch gerade hoch, weil ich mit Akeno dann desto, desto, desto fliegen können, damit ich mich dann heilen kann. Ich liebe einfach Priester. Nur Damage, aber geil. Seht einfach geil aus. Mein höchster Priester war 40. Priester sind sau wichtig. Das beiden verkennen nur die meisten. Klasse, am schwierigsten zum Leveln, meiner Meinung nach. Und die sind die auch, weil die kaum Schaden machen, ewig an so Bossen rumkloppen, bis die die Quest geschafft haben. Das ist dann gut, wenn ich zum Beispiel meinen kleinen Sieger hier noch hab, da kann ich denen dann gut helfen. Ja. Weil ja ungefähr fast gleiches Level sind. Dings, nächstes Level, aber besser als der dreidichtiger Jäger. So, ist nicht mehr weit. Wir müssen jetzt hier vorne, da müssen wir aber gucken, dass wir so ein bisschen... Ja, ich weiß, wo du meinst jetzt. Wo sind die Babyfledermäuse? Mondscheingrab. Nee, in brennender Hügel. Also sandige Hügel. Und das ist oben in der Mitte des... Da halt kein Dämmete Fläch gehabt. Ich dachte, nee, in brennender Hügel. Ich hab jetzt jetzt geskillt. Ja, ich muss gleich auch noch skillen. Fällt mir gerade ein. Warte, lass mich das mal jetzt mal eben machen. Jo. Äh, wo mach ich das nochmal? Auf C. Warte mal eben, ich hab auch noch zwei Punkte hier zu vergeben. Können wir mich jetzt so durch den ganzen Mondscheingrab jagen, oder was? Na komm. Wie mach ich das denn nochmal hier? Benutze Fähigkeiten... Also Pfeil nach oben. Okay, ich werde sterben. Warte mal, die Fähigkeit verdre... Drücke F. F? F sind Freunde. Ja, da steht aber so... Äh, steht für Freunde. Ja, Christoph. Du musst C drücken. Merk auf die Pfeil nach oben. Bei der Punkte. Pass auf. C. So, ich geh jetzt noch mehr... Pass auf, ich hab 233 plus 34 in Ind. Ich hab noch drei Punkte neu verteilbar. Einfach voll in. Mit der Magie schaden. Okay. Yeah. Magierliche Treffenchancen, naja. Weiß nicht. Okay. So, lass uns mal hier unten weitergehen, weil dann brauchen wir die Kackdinger da oben nicht machen. Das sind mir zu viele, weißt du? Ja. Oh, wir könnten eigentlich hier genau in der Mitte durchlaufen. Ja, machen wir auch. Ah, ich weiß es nicht, wo wir jetzt sind. Ich hab jetzt mal den Jäger, ich muss mal kloppen. Das war echt furchtbar. Oder, war der hier? Ja, der war hier. Ja, ja, weiter geradeaus. Nein, links, oder nicht? So, weiter geradeaus. Ich glaub, weiter geradeaus, ne? Willst du noch am Videomachen? Ja. Zombie-König. So, wo lang? Die leitet mich. Aber irgendwas war doch hier noch. Warte mal eben. Hier waren so viele jetzt noch. Ja, wir haben es mal kurz. Ich muss jetzt hier unten rein. Komm. Drei Sachen sind hier, die ich brauche. Das ist doch gut, dass wir hier hingehen. Ah, ich seh's. Ah, das ist ein echte Delfel der Mäuse. Danke. Da hinten hockt er, den Schirm. Hockt er da? Ne, hier rechts ist er. Hier ist er da. Er ist da, ne? Er ist da? Ah ja. Okay, dann lass erstmal die ersten machen hier. Weil sonst hauen die uns hinterher auf die Fresse. Oh, immer diese anstupselnden Kinder hier. Okay, 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 okay. Ich glaube schon. Okay. Oh, ich hab... Nein, ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ein Deba. Zwei... Minus zwei krisische Triffershaut. Scheiße. Ja, ich hatte... Die haben mich auch schon mal damit verseucht. Ja, genau, ich war auch so rot. Okay. Aber ich kann's mir das sogar wegnehmen. Ja, warte, ich guck mal eben, ob das funzt. Das blau ist grüne, glaub ich. Jo, geht. Alles klar. Da ist das Zombie-König. Okay, warte, lass mich kurz Mana tanken. Jo. Ja, geht eben schon ins Tankstelle. Okay. Oh, ich muss den dreimal machen, oder wat? Scheiße. Sollen wir erst mal den kleinen, oder...? Machen wir dir richtig groß. Aber warte, ich mach eben die kleinen. Sonst hauen die direkt auf dir ein, die ganze Zeit. Was ist da ja auch zwei? Ist das echt so Pulsar im Kameran? Boah, Kacke. Komm schon, Alter. Alter, was zieht der? Ist der bescheuert? Ich brauch ein Rausleder. Hat von euch einer ein Rausleder? Bestimmt. Im Lager, oder? Boah, was ist... Ey, der ist ja richtig heftig, ey. Was der alles aushält. Wie soll man den denn alleine machen, Alter? Der hat grad von irgendjemand angeschrieben. Wir haben den grade mal Half-Life, ne? Irgendwie beim Gift geholtem. Irgendwann macht das nur eine Fähigkeit, Alter. Ja. Merk. Warte, mehr zu geben. Oh, Damage. Oh. Oh, meine Steine sind gleich alle. Okay. Okay. Und die Steine sind gleich alle. Oh, 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 oh. Ja, warte, wir kriegen den. Oh, Crit. Hast du gesehen? Oh, ne Hose. Alter, jetzt dreimal muss ich den machen, oder was? Ey, ich hab ne Cleary-Hose. Ja, nice. Jubi. Und mir Eroberung setz. Was ist damit für mich, oder was? Äh, für dich, ja. Danke. Mach alles schnell. Ach, aus. Aber das kann nämlich nur Cleary wegmachen. Okay. Ich hab nur noch 16 Steine, ne? Das ist übel. Jo. Brauchst du sonst noch Zombies, oder? Ja, nee. Ich muss den jetzt dreimal machen, den Zombiekönig. Oh, Gott. Ah, das war, der darf mal zehnmal oder fünfmal machen müssen. So, und dann brauche ich Schleim des Zombiekönigs. Den muss der mir geben. Oh, Gott. Das ist ja noch schlimmer. Ich mach schon mal hier so ein bisschen. Aber die Mario muss die. Oh, der macht gerade da, ist er. Weiß was, ich setz mich auch mal kurz hier hin. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Auf jeden Fall eine geile Aufnahme gewesen, wie immer mit euch. Ich freue mich, dass euch das auch gefällt, wenn ihr zuschaut. Ihr seht ja, ich werde immer öfter angeschrieben und so. Traut euch ruhig. Also, ich hab jetzt auch schon ein paar Mal gehört, dass die Leute nicht trauen, mich anzuschreiben. Also, ich fress keinen und ich freue mich auch wirklich immer. Aber ich fress. Ja, ja. Aber ich fress. Ja, ja. Ich sag dann aus, um gut ist. Nee, schön, Jungs. Es macht immer wieder Spaß mit euch. Danke, dass ihr dabei seid. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Warte. Jo. Tschüss. Wir machen jetzt den Zombie-König noch zwei Mal. Mein Freund, scheißegal, ob du deine Steine hast. War mit? Ja. Musika. Bis zum nächsten Mal.